Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man Formeln umstellt. Wir nehmen dafür die Formel V gleich S durch T. V ist hierbei die Geschwindigkeit, S die Strecke und T die Zeit. Diese Formel kennst du vielleicht schon aus der Physik. Wir benutzen sie jetzt, um eine Rechenaufgabe zu lösen. Und zwar Nina fährt 350 Kilometer zum Strand und fährt 90 Kilometer die Stunde. Sie hat aber vergessen, wann sie gestartet ist und möchte genau wissen, wie lange sie gebraucht hat, um zu wissen, wie sie den Rückweg plant. Wir müssen also diese Formel nach T auflösen. T ist ja die Zeit und T muss alleine, so wie das V hier, stehen. Wie gehen wir also vor? Bei Formeln wie auch bei anderen Gleichungen sind die Äquivalenzregeln wichtig. Das heißt, alles was wir links vom Gleichheitszeichen machen, müssen wir auch rechts vom Gleichheitszeichen machen. Wenn ich also mal 2 rechne, tue ich das auf beiden Seiten. Wenn ich durch 2 rechne, auch. Wir rechnen aber jetzt mal T, denn wir wollen T auf einer Seite haben und ziehen das T damit sozusagen nach links. Wir rechnen nämlich mal T und erhalten V mal T gleich S durch T mal T. Ihr seht schon, wir haben hier zwei T, eins überhalb des Bruches und eins unterhalb. Wir können jetzt dieses T mit dem T kürzen und auf der rechten Seite steht nur noch S. Wenn wir jetzt die Strecke ausrechnen wollen würden, wären wir schon fertig. Wir wollen aber die Zeit ausrechnen. Also muss dieses V noch auf diese Seite verschwinden. Dafür dividieren wir durch V und erhalten V mal T durch V gleich. Ihr seht schon, dasselbe wie hier. Wir können das V jeweils kürzen und erhalten dann nur noch das T auf der einen Seite. Wir haben schon also die Funktion bzw. Formel richtig aufgelöst. Und auf der rechten Seite steht dann S durch V. Die Formel ist also so genauso zu gebrauchen und für das, was wir brauchen. Und wir setzen jetzt nur noch ein. Wir haben S, die Strecke, 350 km, T gleich, 350 km durch V, 90 km die Stunde. 90 km die Stunde. Ihr seht schon auch bei den Einheiten, das Kilometer kann sich wegkürzen. Und dadurch, dass hier ein Doppelbruch entsteht, rückt das H automatisch in den Zähler. 350 durch 90 rechnen wir dann noch aus und erhalten T ist gleich 3,89 Stunden. Da das aber keine ordentliche Zeitangabe ist, weil dieser Komma-Wert keine Minutenzahl ist, müssen wir das auch noch ausrechnen. 0,89 Stunden mal 60 ergibt die Minutenanzahl, die sie noch braucht. Und das ergibt ungefähr 54 Minuten. Damit braucht Nina insgesamt 3 Stunden und 54 Minuten. Eine weitere Übungsaufgabe zum Thema Formeln umstellen findest du im Text. Ansonsten kannst du mit den Übungen dein Wissen noch vertiefen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video.